Hi, ich bin die Sarah und wir trainieren heute zusammen und unseren Oberkörperfokus liegt auf den Armen. Ich habe zwei Gewichte, zweimal 5 und zweimal 2 Kilo. Je nach Übung entscheidest du. Ich nehme dich aber mit durchs Workout, begleite dich und sage dann auch immer, wie viel Gewicht ich habe. Der Timer steht auf 30 Sekunden pro Übung und 10 Sekunden haben wir, um in die nächste Übung zu kommen. Ich schnapp dir deine Matte, was zu trinken und es geht los. Zunächst geht's los mit den 5 Kilo, die ich jetzt hier habe. Wir starten im Stand, das ganze Workout ist eigentlich hier stehend und du machst einen Bizeps Curl und drehst dann deine Hände und Fist genauso langsam deine Arme wieder runter. Drehst hier Bizeps Curl und runterlassen. In beiden Bewegungen bleibt das Handgelenk in Verlängerung deines Unterarms. Pause, 10 Sekunden. Arme hier anwinkeln und in so einer W-Bewegung-Kombi Bizeps Curl, press ab links, press ab rechts. Bizeps Curl, kannst auch wechseln zwischendurch. Pause, du kannst jederzeit zwischendurch die Gewichte ablegen. Wir machen eine Kombi-Bewegung, beug deinen Oberkörper nach vorne, komm hier tief. Enges Rudern und dann hier so ein Seitheben, Seitheben. Enges Rudern, links, rechts. Mach das in deinem Tempo. Du kannst auch jederzeit auf ein leichteres Gewicht zwitschen oder mit Wasserflassen starten, okay? Sehr gut. Auch wieder eine Kombi-Übung. Ich liebe Kombi-Übungen, wie du magst. Und zwar machst du eine Press-Up-Bewegung hier vorm Körper und gehst dann wechselseitig in einen Trizeps-Press. Schau, hoch, rechts, links, press tief. Du kannst dir aus den Beinen so ein bisschen mitfedern, okay? Hoch, press, zurück. Aber natürlich immer versuchen mit so wenig Schwung wie möglich. Und deine Ober-, deine Ellbogenzeigen nach vorne. Wir gehen wieder zum Trizeps. Nach vorne beugen. Rechts, ran, links, ran. Und beide Arme gleichzeitig. Zack. Gleich brauchst du für die nächste Übung nur ein Gewicht, ein schweres. Direkt schon mal hinlegen. So greifen, dass du es gut halten kannst. Wir machen eine Kombi-Übung. Einmal oben, einmal unten. Und dann press up, knee up, okay? Let's go. Zeit läuft. Kraft voll. Ran, ran. Ich habe genau das gleiche Workout gestern schon gemacht. Ich merke das übelst. Aber das ist gut. Wir bleiben einmal nochmal hier und kommen jetzt gleich von oben und gehen auch wieder in diese NIE-Bewegung. Da haben wir schön noch unsere Körpermitte direkt mit dabei. Und natürlich die Arme. Go. Kraft voll. Immer, ja? Die Körpermitte ist aktiviert. Zehn Sekunden. Komm. Gewicht lösen und gerne die leichten Gewichte nehmen. Und zwar machst du jetzt hier so einen halben Kreis und wieder tief. Lässt aber nicht los. Heißt, du hältst jetzt hier die ganze Zeit die Spannung. Und atmest. Und genießt. Tolle Übung. Lösen. Schultern kreisen. Einfach boxen nach vorne mit den leichten Gewichten. Komm hier so ein bisschen stabiler. Also Knie sind gebeugt. Körpermitte ist fest. Und boxen. 30 Sekunden. Bam. Boxsack steht natürlich vor dir. Ballerst du jedes Mal weg. Sechs Sekunden noch. Und lösen. Du nimmst gleich deine Arme. Auf Brust maximal Schulterhöhe. und öffnest hier wechselseitig links und rechts. Los geht's. Körpermitte ist fest. Sehr gut. Zwei. Eins. Und lösen. Wir bleiben noch hier bei den Gewichten. Kombi-Übung. Arme einmal. Ich zeig's dir kurz ohne hochführen. Und dann ein Side-Fly zur Seite. Okay? Let's go. Kraftvoll. Ja, du bist immer schön fest. Hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Passt. Sehr gut. Wir nehmen ruhig wieder die schwereren Hand hin. Bizeps Curl. Press up. Zack. Tief. Hoch. Und lösen. Ein Gewicht zur Seite. Wir nehmen die Beine wieder mit dazu. Und wollen was für die schrägen Bauchmuskeln tun. Press vor. Run. Diagonal Crunch. Knee up. Vor. Run. Rechts rotieren. Wieder stabiler Stand. Okay? Okay? Go. Kurze Pause. Ich nehme jetzt mal das leichte Gewicht. Einfach um wieder ein bisschen Power reinzukriegen. Du kannst bei einem schwereren bleiben. Okay? Kombi-Übung. Lat links, Lat rechts. Beide. Press up. Ich kann das jetzt ruhig schneller machen, weil ich leichtere Gewichte habe. Mach du das ruhig kontrolliert kraftvoller. Okay? Okay. 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 Eingewicht zur Seite. Wir bleiben beim Latzug. In Kombi aber jetzt mit einer Blood Butterfly nur auf links. Okay? Den Arm kannst du lang machen oder hier in deine Taille stemmen hoch. Butterfly. Sehr gut. Sechs Sekunden noch. Zehn Sekunden Pause. Gleiches Spiel auf rechts. Kontrolliert und kraftvoll. Go. Wie gesagt, mit leichterem Gewicht darf das auch mehr aufs Tempo gehen, aber trotzdem immer Qualität vor Quantität. Das wisst ihr ja mittlerweile. Als nächstes brauchst du auf jeden Fall wieder dein höheres Gewicht. Beide. Und ein bisschen Platz. Wir machen ein Hammer Curl, also Hände so, dass deine Hand Rücken nach außen zeigen. Und jetzt wirklich ganz kontrolliert. Oberarme fixiert. Lösen. Und kontrolliert hoch. Und kontrolliert hoch. Langsam tief, etwas schneller hoch. Kontrolliert hier. Und bam. Ein Gewicht zur Seite. etwas Bewegung. Beine kommen mit dazu. Press ab nach vorne. Und gehen dabei. Okay? Links und rechts auf deiner Matte. Go. Also hier, Schulterblätter aktiv mitnehmen. Acht Sekunden. Ich merke es gut. 5, 3, 2, 1, eine Hand wieder mit dazu. Ein bisschen dynamischere Trizeps-Übungen. Hier. Okay? Kontrolliert, aber dynamisch. Vorbeugen und los. Wechselseitig links und rechts. Beug deinen Oberkörper schön nach vorne. Körpermitte ist aktiviert. Kleinen Endenpopo. Rücken gerade. Also go. Pause. Shoulder Press ab hier als nächstes. Arme 90 Grad beugen. Wir sind schon fast am Ende. Komm, durchziehen. Ausatmen. Einatmen. Kontrolliert heben. Kontrolliert senken. Kannst jederzeit aufs leichte Gewicht switchen, ja? Wenn das zu viel ist, Schulterblätter mitnehmen. Vorletzte Übung. Komm. Ich überlege gerade, wir nehmen das leichte Gewicht. Letzte Übung. Arme lang nach vorne. Atme aus. Ein. Ranziehen. Und der andere Arm bleibt die ganze Zeit hier. Denn der Körpermitte ist aktiviert. Komm. Vollgas. Wenn du kannst, nimm 5 Kilo oder mehr. Unsere allerletzten Sekunden für heute. Mach gerne eine zweite Runde, wenn du magst. Drück kurz Pause. Trink einen Schluck. Vergiss nicht, einen Kommentar dazu lassen. Einen Daumen nach oben. Einen Kanal zu abonnieren. Zwei. Eins. Ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Du findest auf meinem Profil auch Cooldowns. Dehn dich jetzt auf jeden Fall noch nach dem Workout. Oder mach eine zweite Runde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.